Ich habe da nicht Angst gehabt vor dem Krankenkraftwerk, nie. Das gehört zu uns dazu wie mit Küche eigentlich zum Tauf. Das war immer ein verlässliches Geschäft. Fukushima hat meine Haltung zur Kernenergie verändert. Wir machen hier in der Bundesrepublik schon einen Versuch mit dem Kernenergieausstieg, dessen Ende noch offen ist. Wir haben in unserem Kraftwerk ca. 600.000 Tonnen radioaktiv belastetes Material. Während des Betriebes gab es Ereignisse, Störungen, bei denen auch radioaktive Flüssigkeiten ausgetreten sind. Zum Teil sind die über feinste Risse auch bis in den Beton eingedrungen. Dieser radioaktive Staub ist das Schädlichste, was einem passieren kann. Wir haben ein Endlager zu finden, das für geologische Zeiträume sicher ist. Und geologische Zeiträume heißt, wir reden hier von einem Endlager, das für eine Million Jahre sicher ist. Und dann hat es auf einmal geheißen, Deutschland steigt aus der Kernenergie aus. Das war eigentlich schon irgendwie ein Schock für uns. Es war ein trauriger Tag, weil man gewusst hat, das ist ein sicheres Kraftwerk. Ja, es war schon schlimm. DKC Jäume 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 Jäume